Was ist das Lösen von Hochauflösen, also großen Problemen mittels Finite Elemente Simulation, also FEM, erfordert eigentlich immer den Einsatz von Mehrgitter-Verfahren. Das hat den Grund, dass die Löser von FEM-Simulationen nur effizient funktionieren, wenn eine initiale Lösung des Problems als Initialisierung schon mal näherungsweise bekannt ist. Erreicht wird das dann, indem man mit einer grob vereinfachten, niederauflösenden Version der Simulation beginnt und das Ergebnis dieser groben Simulation als Schätzung des Startwertes auf die nächsthöhere Auflösungsstufe verwendet. Das Ergebnis dieser nächsthöheren Stufe wird dann auf die höhere Stufe gezogen und so weiter und so fort, bis man auf der untersten Auflösungsstufe, in der höchsten Auflösung die gewünschte Rechengenauigkeit erreicht. Demgegenüber können Verfahren des Deep-Learnings, also neuronale Netze, quasi jede Funktion berechnen. Technisch sagen wir, es sind generische Funktionsapproximatoren. Das bedeutet, Sie können alles berechnen, auch sehr effizient, aber eben nur näherungsweise. Das bedeutet, wir können eine Garantie über die Größe des Fehlers nur sehr schwer oder oft gar nicht abgeben. Jetzt ist es so, dass in vielen Anwendungen der Mechanik-Simulation, beispielsweise gerade auch in der Biomechanik, ein Fehler, den wir nicht mehr abschätzen können, sich vollkommen verbietet. Interessant wird das Ganze jetzt aber, wenn ich neuronale Netze an der Stelle in der Finite-Elemente-Simulation einsetze, wo Ergebnisse auf den gröberen Auflösungsstufen ohnehin nur approximiert werden. Dort kann ich dann einen Teil der Simulation durch ein neuronales Netz ersetzen. Das neuronale Netz schätzt eine Lösung, so gut wie es das eben tut, aber sehr schnell. Ist diese Schätzung gut, realisiere ich enorme Geschwindigkeits- und Performance-Gewinne. Liegt die Schätzung mal daneben, dauert die Simulation etwas länger, weil der Startwert schlechter ist. Auf der untersten Auflösungsstufe des Mehrgitter-Verfahrens kommt aber eine konventionelle Finite-Elemente-Simulation zum Einsatz. Das heißt, die Korrektheit des letzten Ergebnisses bleibt garantiert.